Oh Mist. Ach Mann ey, ich wollte gerade den Vogel, den Vogel da vorne filmen, aber jetzt ist er schon, ah weg. Geiler Fokus ey, wie geil. Geil, wie das damit aussieht. Geil, wie geil. Vielen Dank. Nicht schlecht, aber ich bin echt richtig begeistert von dem Handy. Also immer noch. Das ist so der Wahnsinn. Boah, geil. Echt der Hammer. Der Wahnsinn, ohne Scheiß. Das ist so cool. Ich bin immer noch richtig, richtig, richtig begeistert. Und jetzt will ich euch einmal zeigen, wie weit die mit der Baustelle sind. Wegen heute Morgen und so. Das habe ich euch ja gezeigt. Und so weit sind die jetzt mittlerweile mit der Baustelle. Da ist schon das hier gelegt und so. Haben sie jetzt alles schon gemacht, wie man sieht. Da ist noch ein bisschen Sand und hier den Rest müssen sie auch noch machen. Aber sonst, ja, die machen sie. Warum auch nicht, ne? Na, warum auch nicht? Na, auf jeden Fall. Na. Jo. Hey, wenn du. Boah, da war ich ja mit der Arbeit. Bei der Arbeit. Na, mit der Arbeit halt. Boah, geil.